Guten Abend meine Damen und Herren, wir sind hier mit meinem alten Freund Robert, meiner Suchzusagen-Apprentiss. Damals hat er viel gelernt von mir und schauen wir mal, ob der immer noch was erinnert. Also was machen wir hier, Robert? Wir machen ein Getränk für Liebende. Okay, ist das was scharfes dabei? Ja, ein bisschen scharf ist auch dabei. Scharf, scharf, süß wie die Liebe. Wir brauchen ein Glas, Robby. Danke schön. Bitte schön. Erstens so ein bisschen nervös. Tja, fangen wir an... Just a sip of Rauchtee. Nicht zu viel. Ja, blablabla. Das war's. Just a little bit. Yes. Und dann gehen wir mit... Sexy, bitte. Sexy, bitte. Partraction. Ja, eine Pipette voll. Eine Pipette voll. Mhm. Bist du sicher? Sexy. Okay. Ganz sexy. Sexy, bitte. Sexy. Aus München. Aus München. Sexy. Eine Schin. Nur eine? Nur eine. Okay. Ich suche eine. Okay. Das ab. Einschneiden. Längs einschneiden. Und ein bisschen andere. So. Ah. Excuse. Excuse the chip. Das reicht. Sechs für elf. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das wird... Hardcore. Definitiv. Vier. Ein. 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 Vier. Ein. Ein bisschen. Noch ein bisschen, gut. Ruhe. Okay. Schön. Gut. Lassen. Also, das ist für Sie, für eine heiße, geile Abend. Das ist sexy, ja, das ist auch sexy. Meine Damen und Herren, das ist Dirty Old Digla für eine Nacht voller Leidenschaft. Es ist immer noch nicht scharf genug. Ja, dann noch eine. Okay. Einschneiden, ein bisschen andrücken. Ah, okay. Prost. Prost. Ah, jetzt geht's besser. Scharf genug? Genau. Scharf genug? 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 Vielen Dank.